Schlitzlichst willkommen zum vierten Tag meiner Peak Week. Wie ihr seht, fangen wir mit einem sehr ungewöhnlichen Formcheck an. Und zwar bin ich gerade aufgestanden und sehe, dass auf dem Popo und auf den Beinen ein paar neue Details freigeschalten wurden. Die sehe ich tatsächlich zum ersten Mal und vielleicht sieht man es anhand meiner Gesichtsausdrücke im Video auch. Ich bin ja wirklich gerade aufgestanden und sehe, da sind Sträufen auf meinem Hintern. Mit voller Begeisterung drehe ich mich, wende ich mich und provoziere den Popo-Muskel, beziehungsweise den Gluteus Maximus und ein bisschen die Heimis, aber da ist nicht viel dran. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mir relativ am Anfang in der Diät eine Protrusion auf der LBS, sprich ein bisschen ist die Bandscheibe rausgesprungen bei der Lendenwirbelsäule und es ist eine Bandscheibenvorwölbung, also die Vorstufe eines Bandscheibenvorfalls. Ich bin ja dreimal Bandscheibenvorbelastet. Daher konnte ich die Beine nicht wirklich mit Verbundübungen heavy trainieren, obwohl ich liebe es, Beine zu trainieren, aber natürlich mit Schmerzen macht das nicht so viel Spaß. Da habe ich die Beine nur mit Isos trainiert und das ist jetzt halt übrig geblieben. Daher bin ich auch wirklich überrascht, dass da überhaupt was übrig geblieben ist. Ich meine, auf der Bühne sieht man ja die Lakes nicht, da das Ganze ja mit der Badehose versteckt ist. Ich meine, die Waden sind ja sowieso unterirdisch. Aber hier kommt ein bisschen der Seratus raus, da kommt er eigentlich ganz gut raus. Also die 40.000 Steps gestern und der Brennnesselte haben ihre Wunder gezeigt. Nach dieser massiv langen Vergötterung meines Unterkörpers ging es dann ab zur traditionellen Morgenroutine. Und zwar starten wir wie immer mit einem massiven Mokka. Danach habe ich mir meine täglichen Subs reingezogen. Diesmal habe ich mir gleich zwei Shaker mit Intra vorbereitet und einen Post-Shake mit Whey und ein bisschen Reismel gemixt. Danach kamen die üblichen Mikronährstoff-Sachen wie Multivitamin, Ashwagandha, Maka, Vitamin D3, Omega 3, Calcium, Magnesium und Zink. Vor dem Training gab es noch einen schlitzigen Pre-Worker-Trink mit ein paar zusätzlichen ERAs für den Geschmack. Dazu habe ich noch eine Probe Isoway X3 mit Wasser und einem Hauch Reismögel vermischt. Wie immer könnt ihr alle Process-Produkte mit dem Code-Schlitz zum Mega-Rabatt bekommen. Anschließend ging es nach dem morgendlichen Geschäft auf die Waage und wir wogen 76,3 Kilo. Dann ging es auch schon ab zum täglichen Schlitz-Formations-Form-Check und wie man sieht, bin ich deutlich leaner, aber auch flacher. Ja, als netti bedeutet definiert sein auch flach sein. Besser bekannt unter durchsichtig. Plötzlich habe ich mir ohne jeglichen Grund ein paar Oliven verdrückt und dann habe ich meine sieben Sachen bzw. meine drei Shaker gepackt. Dann ging es wie immer ganz schlitzig im selben Outfit zur Außenwelt. Bevor es ins Gym ging, musste ich meine Tochter von der Volksschule abholen und einen kleinen Wochenenkauf erledigen. Und das findet natürlich beim Hofer statt. Für die Pifken unter euch, der Hofer ist mehr oder weniger das gleiche wie Aldi, nur in Österreich ist der Name Aldi nicht nutzbar. Hier gab es ein paar Riomare Thunfisch-Dosen zum Angebot, die muss ich gleich mitnehmen, auch wenn ich sie nicht essen darf. Eingekauft habe ich ein paar Cashewkerne, ein paar Reiswaffeln, ein paar Reiswaffeln mit Schokoüberzug. Hier die Riomare Thunfisch-Dosen, ein paar Trockenfrüchte, ein bisschen Kalium, Rasierer, Doppelklingen. Ein bisschen Honig damit flutscht, ein bisschen Konfitüre bzw. Marmelade, Reisschardiniers, es ist immer gut etwas Reis dabei zu haben. Ein paar Putenkäsekräner, ein bisschen Käse, einen Verdünnungssaft, ein bisschen Risterine gegen Mondgeruch, ein paar Hühnerschenken für die Arabella und sonstig irgendwelches unnötiges Zeug. Magertopfen für die Arabella, ich esse ja keinen Magertopfen. Ein bisschen Milch, eine Proteinmilch, ja. Zu guter Letzt ein bisschen Flying Power, die Fälschung vom Monster schmeckt zwar wie Arsch, aber eigentlich ganz okay für den Preis. Dann wurde das Ganze schon auf die Kasse gelegt und bezahlt. Das Ganze hat 140,01 Euro gekostet. Den ganzen schleizigen Einkauf. Zum krönenden Abschluss gab es da natürlich ein paar Liegeschlitz und meine Tochter hatte natürlich das Vergnügen mir zuzusehen. Aber Gott sei Dank ist sie noch nicht in dem Alter, wo sie sich dafür schämen. Aber sie könnte mich ein bisschen an, vorher an AMK. Am Weg raus vom Supermarkt habe ich noch ein paar Blümchen für meine Gattin ergattert. Hey, das fremd sich. Anschließend habe ich vom Kofferraum heraus eine kleine Jause für meine Tochter gebastelt und dann ging es auch schon ab ins Gym. Vorher gab es noch ein Flying Power. Nun sind wir endlich im Springbrunner Gym angelangt und es ist ja Mittagszeit und es ist fast kein Mensch da und jetzt kriegt mal meine Tochter etwas zu essen, damit ist sie beschäftigt und das Pull Workout kann beginnen. Falls euch das Trainingsvideo nicht interessiert oder langweilt, klickt bitte unten in der Beschreibung die jeweiligen Kapitel, die euch interessieren an. Weil mich würde das jetzt auch nicht interessieren, ist ja nicht so das Schwarzenegger oder Chris Baumstead trainiert. Aber es ist nun mal ein Bestandteil des Tages und daher hat es drin zu sein. Falls euch wundert, wieso ich jedes Mal diese Lady Gaga Musik im Hintergrund abspiele, ist eigentlich nur der, weil dieser keine Urheberrechtsprobleme verursacht. Und ich kann ja nicht jedes Mal einen neuen Song suchen und die meisten sind sowieso kacke. Also die Copyright Free Music. Und ich kann ja nicht jedes Mal einen neuen Song suchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Hausübung war auch nicht schlecht. Nachdem sie mit der Hausübung fertig war, durfte sie etwas lazy daran gucken. Da ist der Sportakus, der ist ziemlich schlitzig. Der hat tatsächlich was drauf. As long as I'll be hooker, as long as I'll be hooker, as long as I'll be hooker. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, anscheinend findet sie den Papaschlitz etwas interessanter als dein lieben Sportakus und schaut mir beim Rudern zu. Und ja, es passiert nichts Weltbewegendes, außer dass ich etwas rudere. Das wäre für sie sicherlich spannender, wenn ich auf einem Kano im Gewässer rudern würde. Aber ja, hier aktiviere ich einfach nur ein bisschen meinen Lapp. Da dies ja ein Entladetraining ist, zieht sich dieser Satz natürlich etwas. Ich bin hier nicht der Einzige, der mit seinem Kind trainieren geht. Hier der Studiobesitzer Michi auch mit seinem Kind da. Also, ganz, ganz schlitzig. Plötzlich war die Ariana ziemlich motivated und sie hatte Bock auf schlitzige Klimmzüge. Daher haben wir das auch probiert. Natürlich war sie noch etwas zu klein, daher half ich ihr hoch und es wurden Klimmzüge versucht. Und es... Ja, das ist ihr Bauch gewesen. Jetzt geht's rauf. Ja, 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 ja. Ja, es geht. Ich helfe ihr fast gar nicht. Na ja, eigentlich helfe ich ihr schon sehr. Aber wichtig ist, dass sie sich nicht verletzt. Und ja, das war's. Dann versuchte sie das auf der ungesicherten Langhantel und sie hängt. Und ja, das war's. Anschließend wurde der Postwalker-Check inhaliert und es ging ab zu einem spontanen Formcheck. Ich habe gleich hier einen massiven Zuschauer. Ich fühle mich scheiße und dünn. Na, du bist nicht. Starts mal nicht filmen? Sicher. Haha. Der Rücken kommt gut. Boah. Biss zu deppern kommt echt gut. Das Gesamtpaket passt schon sehr, sehr gut. Echt? Ja, ja. Ich würde mich so dünn? Na, auf keinen Fall. Das Witzige ist, man muss sich an die Zuschauer gewöhnen, weil wenn ich es von dir nicht kann oder von anderen, kann ich es von 6.000 Leuten auch nicht machen. Ja, sicher. Okay, jetzt habe ich mein Gesicht ein bisschen verzerrt. Aber es ist echt stark gefahren. Biss zu deppern. Wirklich? Ja, ja. Auf jeden Fall. Danke. Vor allem, Brust, die seitliche Schulter. Kommt sehr, sehr gut. Und was da fehlt sich, kommt auch sehr, sehr gut schon. Dein Rücken ist halt schwach und gleich die Dichte fehlt. Sicher ist. Ich glaube, du bist schon weiter oben dabei. Das glaube ich schon. Mal sehen. Ich will noch nicht letzter werden. Ja, das geht sich nicht aus. Leider zerbrach mein Stativ während dem Formcheck und ja, er sah ohnehin etwas verdächtig aus, daher wird es Zeit für den Neuen. Als wir zu Hause ankamen, erwartete er uns ein schlitziges Prosis-Paket und meine brave Tochter half mir dabei, das Paket zu schleppen, denn ich musste natürlich auch den schlitzigen Einkauf in die Wohnung bringen. Und natürlich habe ich es nicht getragen, sondern gerollt. Man will ja Kräfte sparen. Um nicht ganz zu verhungern, gab es etwas Mozzarella Light und ein paar Gewürze und dann ging es auch schon auf die Step-Maschine mit einem gefälschten Monster. Da ja heute ein Entladetag ist und wir daher auf die Kohlenhydrate verzichten, gibt es heute ein massives schlitziges Omelette und ein paar Wurstis, also Putenkäsekrener mehr oder weniger. Ich freue mich jeden Tag immer wieder aufs neue, wie in dieser Truman Show, auf mein schlitziges Omelette. Also ich kann nicht genug davon bekommen. Das Wichtigste ist viel Käse und viel Knoblauch. Es gibt nicht zu viel Käse und es gibt auch nicht zu viel Knoblauch. Oh ja, so muss das sein. Dank dem Antihaftspray von Prosis kann man das Ganze natürlich problemlos wenden. In der Diät muss man natürlich ein paar Aggressionen loswerden und dann ist es natürlich empfehlenswert, dass man das aufs schlitzige Omelette auslässt und nicht auf die Frauen und Kinder. Dann wird das ganz schlitzig aufs Teller platziert und ja, keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber irgendwie ist das schlitzig. Schlussendlich wird das Ganze am Sofa ganz, 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 ganz schlitzig verzehrt und so verlief dann der Abend. Danach folgte eigentlich nichts mehr Dramatisches. Es ging dann ab ins Badezimmer und irgendwie war das Licht wieder mal an Abhol und daher gab es einen kleinen Frauencheck vorm Bad. Nicht vorm Bad, ich meine vorm Badezimmerspiegel. Nach dem ganzen Gepose ging ich dann auch zu Bett und Peak Week Tag Nummer 4 ging zu Ende. Wir sehen uns im Peak Week Tag Nummer 5. Falls ihr das nicht verpasst wollt, könnt ihr mir gerne ein schlitziges Abo dalassen. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.